ihr hattet ja keine ahnung ah ja baby mohohohoin leute und herzlich willkommen hier im zöger stübchen heute ja der neue killer ist da und den wollen wir natürlich gleich mal ausprobieren ich habe schon mal ein bisschen ein bisschen gelevelt und mal ein paar coole püls da habe ich schon so ein paar coole püls k.o. und mit pürcher dann noch zusammen was ich schon auf drei haben niemand enttäuscht war auch schon mit drin da warten wir noch bis stufe drei aber jetzt gehen wir hier mit nurses calling also rufe einer krankenschwester beobachten zuschlagen zorn des gespensts und brutale stärkereien erhöhen noch gleich die dauer des passiven verschwindens und häufigkeit und die dauer zum wieder erscheinen und bewegungsgeschwindigkeit neben noch ein mori mit da wird mir das alles mal schön sehen können und ja versuchen jetzt meine lobby und wir sehen uns dann im spiel wieder so es hat am anfang ein bisschen lange gedauern ich hoffe nicht dass wir bis zu dritt sind oh mein gott ist das geil so mal schauen mal schauen wie die gute sich so weit nehmen wir sind zu viel okay Ja nett, nett auf jeden Fall würde ich sagen. Oh, das ist zu einfach. Wo ist er, ich hab, scheiß Treppenverdammt. Ohohohohohohohoho. um eine session dann nehmen wir doch mal lieber die echt auf die main games fährst du rein hinter mir das hat mein erinnerungswecker lasst euch mal von dem die stürmen du gehst definitiv anhagen ich mache es auf jeden fall meine paletten noch kaputt ich muss wenn ich bloß zwei paletten kaputt machen die nächste die mich trifft die lassen danach ganz so ich würde sagen unsere obsession die werden wir morgen direkt ich hatte ja keine ahnung ja baby es tut mir leid ich wollte es nicht sehen geil da kann man sonst auch aufheben die portale stärke ist natürlich ziemlich cool es ist wieder einsatzbereit auch keiner hier nein kann am bad weil das wichtig mal gucken wir mal den mindgamen können ach fuck wo ist jetzt das loch okay also manchmal hier ist es noch wo hat er sich versteckt der kleine habe ich ja gut durch beobachten und zuschlagen habe ich echt einen kleinen terror alles ne aber es ist nur auf stufe eins leute das ist nur stufe eins ich habe dich gehört mein vorn ich tue nicht ich tue nicht ich tue nicht keine du siehst so lecker aus dann gehst du an den selben fangen oder No. Guck guck! Hiiii! What? Die sind an mir zu schellen, blöde Scheiße. Die frechert sich an meinem Hagen zu heilen. So, in der Zwischenzeit konnten sie natürlich jetzt kein Generator machen, das ist schon mal gut. Ohohohohoho! Hm, mindgame. Du bist tot. Hm, den letzten haben wir wahrscheinlich nicht kriegen. Oh. Hm. Oh. Ohohohoho! Ohohohoho! Ich hab dich atmen, Hörntlodett! Ohohohoho! Schnuckiputz! Ah, wir müssen noch Hagen. Oh, der wickelt noch nicht mal. Oh, der wickelt noch nicht mal. Oh man, Alter! Der neue Killer gefällt mir sogar so gut, Alter! Ohhhh! Disconnect sogar gekriegt! Absolut geil! Absolut geil! Nein, gefällt mir. Gefällt mir sogar richtig gut, muss ich sagen. Fast ein Double. Okay. Ähm, ja. Ja, das neue Update hat auch viele Neuerungen mit sich gebracht. Ja, da kann ich jetzt auch gleich mal was zeigen. Wenn jetzt nämlich auf die Toten, auf die Toten, wollte ich schon sagen, auf die Embleme geht, ja, könnt ihr unten drunter sehen, was euch so gesehen die Punkte dafür beschert hat. Ja, bei mir war es jetzt Generatorverteilung und verbleibende Generatoren und bin damit so gesehen über keine Ahnung wie viel Prozent gekommen, um halt schillern zu bekommen. Und das gleiche geht hier, bla bla bla. Und da kann man auch hier zum Beispiel Minus, entkommene Überlebende, geheilte Verletzungen, bla bla bla. Ja. Ja. Und da kann man jetzt ein bisschen mehr sehen, okay, das habe ich falsch gemacht oder das ist, manche Sachen halt, in geheilte Verletzungen, unweigerlich, ja. Aber dafür Trennen von Überlebenden, zum Beispiel Hagen ist ein Status von Überleben, bla bla bla. Alles cool. Ja. Aber das war der neue Killer auf jeden Fall. Äh, sehr geil. Sehr geil. Hatten... Das war ja nur ein grüner Schlüssel, alter. Du... Ach... Warum? Warum? Ja, tut mir leid, wegen dem, wegen dem Mori, aber ähm, du hattest halt einen Strike. Hahaha. Tut mir leid. Ist so. Ja, war auch nichts Besonderes dabei, ja. Aber ja, alles schön, geliehene Zeit, geliehene Zeit, geliehene Zeit. Auf jeden Fall ein gutes Setup für die Leute. Ja. Ja. So, das war der neue Killer. Wenn es euch gefallen hat, meine Freunde, ja, dann lasst mir doch bitte ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den neuen Killer so findet, wie ihr das neue Update so findet. Ja. Ähm, der Geist hat ja auch ein riesiges Update bekommen. Ja. Und, äh, den werde ich auch mal als nächstes ausprobieren, weil der ist jetzt ziemlich geil, muss ich sagen, was ich so gesehen habe. Ja. Und, ja. Da bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, außer auf Wiederschauen und reingehauen. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Verdammtes Scheiße, wir müssen. Komm rein jetzt in die Hütte hier. Los, go, 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 go. Wo du lang rennst.